Gut. Ja, drei. Marshmallow Heine, hauern auch am Sturr! Verpiss dich mal, Junge! Verpiss dich! Halt einmal, du Wichser! So geil! Marshmallow Heine, hauern auch am Sturr! Ich geh mal auf jeden Fall da rauf, hier mal. So geil! Eventuell, wenn ich Zeit habe, kann ich vielleicht ein Chicken-like-Backflip machen. Ja, und hier ist der Marshmallow. Marshmallow Heine! Du gehst da! Hä? Ja. Hä? Ja, habe ich. So geil! Oh, oh, oh! Es ist schön, dass wir die Scheisse verkaufen können. Hä, nein. Die Kinder sind manchmal so. Äh, wollen wir noch mal einen Chicken-Koffer wegnehmen? Nein! So komm, lass dich noch mal rein! Ja. Okay. Jetzt erst mal ein Stand der Ruhe! Komm! 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 Wann? Komm! Es ist auch nicht los. Wie sieht das aus, dieses Teil? Geht's, Lele? Lele, kannst du mein Handy nachher oben nehmen? Ja.